Musik nach heiligen kreuz für drei tage weil wichtiges ansteht auch für neue zelle mehr dann unterwegs mein erstes ziel heute ist polen gleich mal den test und ich zeige euch was es hier kostet super muss ich tanken und dann schauen wir nachher was es an der autobahn kostet also hier 156 pro liter der boxenstopp hier an der autobahntankstelle und ich bin mal gespannt hier kostet ein liter super 2,31 euro 9 alter verwalter 2,31 euro das ist jetzt natürlich schon ganz schön die einfahrt in den wienerwald und gleich sollte ich in heiligen kreuz sein und dann erzähle ich euch was ich da mache jetzt also in heiligen kreuz hier ist der innere stiftshof und da hinten sind wir den kirchturm stiftskirche und zwar deswegen weil morgen am 14 august nicht nur unser abd maximilian seinen namenstag hat sondern auch unsere kandidaten eingekleidet werden und da ist auch unser julius dabei unser jahr zweiter sozusagen der über neue zelle eingetreten ist und der wird morgen eingekleidet kurz vor der pontifikalfesper zu maria aufnahmen in den himmel und wir sind gespannt welchen namen er und die anderen kandidaten erhält also mehr dann später nym ho ahe o prissima bierubamia non esse auritum a secolo que in calma tua correntem presidia Amen. Erführe unser demütiges Flehen und segne diese deine Diener, die Fratres, Polichal, Abraham, Maria, Petrus, Johannes, Maria, Anselm, Joachim und Victorinus. Die wir in deinem Namen mit dem Ordenskleid begleitet haben, schenke ihnen deine reiche Gnaden, damit sie voll Hingabe in deiner Kirche ausharren und so das ewige Leben von dir empfangen dürfen, durch Christus, unseren Herrn. Amen.